Nicht nur die Zentralbank, sondern auch Banken können Geld erschaffen. Wie genau entsteht dieses Buch Geld? Und stimmt es, dass Banken Geld aus dem Nichts erschaffen können? Das und mehr in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Bevor wir loslegen, habe ich heute eine kurze Ankündigung. Und zwar werde ich am 15. November auf der Crypto49ers Konferenz in München sein und über das Thema die Zukunft des Geldes sprechen. Es handelt sich bei dem Event um eine kleine, aber feine Konferenz rund um das Thema Kryptowährungen mit Fokus auf Bitcoin. Ich werde versuchen, da noch etwas Farbe ins Spiel zu bringen, indem ich über Libra und digitale Zentralbankwährungen spreche. Darüber hinaus nehme ich noch an einer Panel-Diskussion teil mit Daniel Wingen von DW Innovate und Jeff Gallas von Fulmo. Ich kenne die beiden nicht persönlich, aber soweit ich weiß, sind Daniel und Jeff eher Bitcoin-Enthusiasten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zumindest auf diesem Panel eher der Bitcoin-Pessimist sein. Ich packe den Link zum Event in die Shownotes. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es wird beispielsweise auch einen praktischen Workshop zur sicheren Aufbewahrung von Cryptoassets geben. Und speziell für euch konnte ich noch einen Rabattcode aushandeln, also wirklich ganz exklusiv für die Zuhörer dieses Podcasts. Wenn ihr bei der Anmeldung den Code ROCK angebt, also ROCK großgeschrieben R-O-C-K, dann bekommt ihr 10% auf den Ticketpreis. Es würde mich freuen, euch in München zu treffen und mit euch gemeinsam da einen tollen Tag zu verbringen. Jetzt aber mal zum Thema des heutigen Podcasts. Wir haben heute den zweiten Teil der Reihe zum Thema Geldschöpfung. Heute behandeln wir das Thema Buchgeld, also das Geld auf unserem Konto. Beim letzten Mal ging es ja ums Zentralbankgeld, also wir haben gezeigt, dass die Zentralbank Geld schöpft. Und dieses Mal geht es darum, dass eben auch Banken Geld schöpfen können. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Buchgeld und dem Bargeld oder Zentralbankgeld, das wir uns beim letzten Mal angesehen haben? Diesen Unterschied habe ich bereits in der 12. Episode schon mal im Detail behandelt. Also wenn du wirklich ganz genau wissen willst, was die kleinen Unterschiede sind, dann schau dir gerne nochmal oder hör dir gerne nochmal diese Episode an. Im Endeffekt kann man das zusammenfassen, dass Buchgeld eben kein echtes Geld ist im Sinne des Gesetzgebers, sondern Buchgeld ist nur ein sogenanntes Geldersatzmittel. In der Praxis bedeutet das, in dem Moment, in dem du Bargeld, also echtes Geld, bei der Bank einzahlst, wechselt dieses Geld seine Form und wird somit zum Buchgeld. Das heißt, echtes Geld oder gesetzlich geschütztes Zahlungsmittel wird zu einem Gelderersatzmittel. Denn Buchgeld ist, wie gesagt, eben nur ein Zahlungsversprechen der Bank. Das heißt, die Zahlen auf deinem Konto bedeuten lediglich, dass dir die Bank verspricht, dieses Geld in Form von Bargeld auszubezahlen, wenn du das forderst. Und es gibt auch tatsächlich einen gesetzlich gesicherten Anspruch auf Rückzahlung in Form von Bargeld. Das heißt, die Bank ist gesetzlich verpflichtet uns, das Buchgeld in Form von Bargeld auszuzahlen, wenn wir das möchten und diese Forderung können wir im Notfall auch vor Gericht durchsetzen. Durch das Einzahlen von Bargeld entsteht ja allerdings noch kein neues Geld. Also es wird da einfach nur Bargeld umgewandelt in Buchgeld. Wie können Banken jetzt neues Buchgeld schaffen? Das funktioniert so, dass Banken neues Buchgeld erschaffen, indem sie Kredite vergeben. Und hier herrscht oft Verwirrung darüber, wie genau Banken funktionieren. Der generelle Glaube ist nämlich, dass Banken das Geld von den Sparern einsammeln und dieses Geld dann weiterverleihen. Und das ist falsch. Banken benötigen erstmal keine Spareinlagen, um Kredite vergeben zu können. Sie können nämlich neues Geld einfach erschaffen. Das heißt, genau genommen verleihen Banken erstmal Geld, das es gar nicht gibt. Am besten wir machen mal ein konkretes Beispiel. Angenommen du möchtest ein neues Auto kaufen, dafür benötigst du 10.000 Euro Kredit. Also gehst du zur Bank und beantragst diesen Kredit. Angenommen du bist vertrauenswürdig und solvent und deine Bank ist also bereit, dir diesen Kredit einzuräumen. Der Bankmitarbeiter läuft jetzt dann nicht nach hinten in den Safe und schaut, ob dort 10.000 Euro herumliegen, sondern was der Bankangestellte macht, ist, er schreibt dir einfach erstmal diese 10.000 Euro auf deinem Konto gut. Und dieses Geld wird in dem Moment also in einem ersten Schritt aus dem Nichts geschaffen. Und du kannst dieses Geld jetzt benutzen, um dein Auto zu bezahlen. Also Banken schaffen hier neues Geld, indem sie Kredite vergeben. Ein anderes Beispiel, wie neues Buchgeld entstehen kann, ist, wenn dir die Bank Vermögenswerte abkauft. Wenn du beispielsweise eine Immobilie oder eine Aktie an die Bank verkaufst, dann schreibt dir die Bank dafür Guthaben auf dein Konto. Und dieses Guthaben ist dann neu entstandenes Buchgeld. So, das hört sich jetzt im ersten Moment wahrscheinlich ziemlich abgefahren an, dass Banken einfach aus dem Nichts neues Geld schaffen können. Ganz so willkürlich ist es aber dann am Ende nicht, denn auch für Banken gelten hier gewisse Restriktionen. Beispielsweise muss für jeden Kredit, also für jeden Euro an neu geschaffenem Buchgeld, 1% als Reserve, also in Form von Zentralbankgeld, bei der Zentralbank hinterlegt werden. Aktuell ist das nicht wirklich eine Restriktion, da es durch die expansive Geldpolitik mehr oder weniger Reserven wie Sand am Meer gibt. Ich habe dazu, wie schon erwähnt, ein YouTube-Video gemacht, da könnt ihr euch das mal ansehen, woher diese ganzen Überschussreserven oder diese Überschussliquidität kommt. Fakt ist einfach, dass aktuell dieses 1% an Reserve, das bei der Zentralbank gehalten werden muss, keinerlei Restriktion für die Kreditvergabe darstellt. Stellt es eigentlich nie dar, aber jetzt ganz besonders nicht, da Banken wirklich in Reserven schwimmen. Darüber hinaus ist es so, dass Banken sich diese Reserven auch erst im Nachhinein besorgen können. Das heißt, selbst wenn die Bank aktuell überhaupt keine Reserven besitzt, kann sie dir erstmal deinen 10.000 Euro Kredit geben und dann im Nachhinein Reserven bei der Zentralbank besorgen. Denn diese Mindestreserve von 1%, die die Bank halten muss, die muss sie nur im Durchschnitt halten. Das heißt, über eine Periode von sechs Wochen, das ist die sogenannte Mindestreserveperiode, müssen Banken im Schnitt mindestens 1% Reserven gegen ihre Kredite halten. Also Banken haben da sehr viele Freiheiten. Es ist aber nichtsdestoweniger so, dass die Menge an Buchgeld in der Wirtschaft an die Zentralbankgeldmenge gekoppelt ist durch diese Mindestreserve. Es gibt auch noch weitere Restriktionen, die dann auch tatsächliche Restriktionen darstellen und die Banken davon abhalten, unendlich viel Kredite zu vergeben bzw. unendlich viel Buchgeld zu schaffen. Da ist vor allem die Bankenregulierung zu nennen. Eventuell habt ihr schon mal etwas von Basel 3 gehört. Da gibt es dann verschiedene Kapitalquoten, die dafür sorgen, dass Banken eben ausreichend Eigenkapital halten müssen. Das betrifft dann sozusagen die Passivseite der Bilanz einer Bank. Das führt jetzt hier zu weit. Was für uns wichtig ist, ist einfach, Banken können nicht machen, was sie wollen und einfach unendlich Kredite schöpfen. Banken haben auch, ehrlich gesagt, überhaupt kein Interesse daran, unendlich Kredite zu schöpfen, denn es gibt ja auch nicht unendlich viele solvente Schuldner. Das heißt, an irgendjemand muss das Geld ja verliehen werden. Und eine Hauptaufgabe von Banken ist es ja, gute von schlechten Kreditnehmern zu unterscheiden. Ein weiterer Grund, warum Banken nicht unendlich Kredite schöpfen, ist die Tatsache, dass die Banken in der Lage sein müssen, Buchgeld jederzeit wieder in Bargeld zurückzutauschen. Beispielsweise, wenn ich als Kunde mein Geld abheben will von der Bank oder wenn ich mein Geld von meiner Bank zu einer anderen Bank überweise. In beiden Situationen braucht meine Bank Zentralbankgeld, also echtes Geld. Denn die Überweisungen, also das sogenannte Clearing zwischen den Banken, findet nicht in Buchgeld statt, sondern auch in Zentralbankgeld. Deswegen muss die Bank immer in der Lage sein, die Kredite oder das Buchgeld, das sie vergeben hat, mit einer gewissen Menge an Zentralbankgeld zu hinterlegen, damit diese Transaktionen stattfinden können. Nichtsdestoweniger haben Banken natürlich eine enorme Macht, dadurch, dass sie neues Geld schaffen können. Buchgeld ist übrigens auch die wichtigste Form des Geldes, zumindest gemessen an der Menge. Je nach Land hat man da zwischen 80-90% des Geldes, das in Form von Buchgeld vorliegt. Das ergibt auch Sinn, wenn ihr mal an euren eigenen Geldbeutel oder euer eigenes Konto denkt. Ich vermute, dass die meisten von euch sogar deutlich mehr als 90% ihres Geldvermögens auf dem Konto in Form von Buchgeld haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige von euch einen signifikanten Teil in Form von Bitcoin oder Kryptowährungen halten. Aber da müssen wir immer daran denken, dass wir eventuell kein Durchschnittsbürger sind in der Hinsicht, da wir uns natürlich oder viele von euch sehr intensiv mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzen, was natürlich dem Otto-Normalverbraucher jetzt erstmal nicht so sehr tangiert. Also generell ist es eben so, dass Banken unsere Wirtschaft mit Geld oder Liquidität versorgen, dieses Buchgeld, und wir nutzen diese Liquidität dann, um Transaktionen zu tätigen. Die Zentralbank kann allerdings durch ihre Geldpolitik Einfluss auf die Menge an Buchgeld in unserem System nehmen. Das kann sie nicht nur durch diesen einprozentigen Mindestreservesatz, sondern auch durch den Leitzins. Es ist nämlich so, dass die Zentralbank durch eine Änderung des Leitzins dazu einen Anreiz schaffen kann, dass mehr oder weniger Kredite vergeben werden. Denn je niedriger der Zins, desto mehr Kredite werden vergeben, denn desto höher ist die Nachfrage nach Krediten aus der Privatwirtschaft. Also durch ein Erhöhen oder ein Absenken des Leitzinses kann die Zentralbank die Menge an Buchgeld steuern. Buchgeld kann übrigens auch wieder zerstört werden und das passiert ganz einfach dann, wenn du deinen Kredit zurückzahlst. Also Geld verschwindet tatsächlich, wenn Kredite zurückgezahlt werden. Das heißt auch, dass sich die Menge an Buchgeld im Endeffekt ständig verändert, weil ja jeden Tag neue Kredite geschaffen werden und alte zurückgezahlt werden. Und in einer prosperierenden und wachsenden Wirtschaft sollte es eigentlich so sein, dass das Geldvermögen über die Zeit ansteigt. Das heißt, die Menge an Buchgeld sollte eigentlich wachsen. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass die Menge an Schulden wächst. Denn wie wir gerade gelernt haben, entsteht neues Buchgeld ja durch Kreditvergabe. Das heißt, mehr Buchgeld bedeutet gleichzeitig mehr Kredite. Im Endeffekt sind Schulden und Geldvermögen zwei Seiten derselben Medaille. Ohne Schulden gibt es in unserem Wirtschaftssystem kein Geld. Deswegen heißt unser Geldsystem auch Schuldgeldsystem. Also Schulden an sich sind erstmal nichts Schlechtes, auch wenn vor allem in Deutschland Schulden ja einen sehr schlechten Ruf haben. Aber gerade für unser Wirtschaftssystem sind Schulden eigentlich lebensnotwendig. Und wenn wir alle Schulden zurückzahlen würden, gäbe es wie gesagt auch kein Geld mehr. Also das Problem ist nicht unbedingt die absolute Höhe der Schulden, sondern die Verteilung. Also wenn Schulden und Vermögen sehr ungleich verteilt sind, dann kann das zu sozialen Problemen führen. So ein Schuldgeldsystem, wie wir es haben, unterscheidet sich ganz fundamental von einem System, das auf Warengeld, wie beispielsweise Gold oder eben auf Bitcoin basiert. Und wie diese Arten von Geld entstehen, das schauen wir uns wie gesagt ja dann in den kommenden Wochen noch an. Jetzt wollte ich euch heute zum Abschluss noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Und zwar begleitet mich das Thema Buchgeldschöpfung schon eine ganze Weile. Im Grundstudium VWL lernt man natürlich auch, wie Geldschöpfung funktioniert. Allerdings wird das Ganze nicht so erklärt, wie ich es euch heute erklärt habe. Das wäre wahrscheinlich viel zu einfach. Stattdessen bedient man sich da eines kleinen Modells. Volkswirte lieben ja Modelle, wie ihr wisst. Und zwar handelt es sich bei diesem Modell um den sogenannten Geldschöpfungsmultiplikator. Die Story geht folgendermaßen. Bob findet 100 Euro bei sich unter dem Bett und beschließt diese 100 Euro bei der Bank einzuzahlen. Die Bank nimmt diese 100 Euro und schreibt sie auf Bobs Konto gut. Das heißt, Bob hat jetzt 100 Euro auf seinem Konto. Bei einem Mindestreservesatz von einem Prozent ist die Bank verpflichtet, eben ein Prozent dieses Betrags als Reserve zu halten. Das heißt, sie kann 99 von den 100 Euro wieder verleihen und einen Euro muss sie als Reserve halten. Jetzt nehmen wir an, dass Alice zufällig genau einen Kredit von 99 Euro benötigt. Nehmen wir weiter an, dass Alice kreditwürdig ist und die Bank ihr eben diesen Kredit einräumt. Dann hat Alice jetzt 99 Euro auf ihrem Konto. Bob hat aber natürlich auch noch seine 100 Euro auf dem Konto. Die hat er ja weder abgehoben noch ausgegeben. Das heißt, aus den 100 Euro sind jetzt insgesamt 199 Euro geworden. 100 Euro auf Bobs Konto und 99 Euro auf Alice Konto. Jetzt geht die Geschichte weiter. Alice kauft sich jetzt von diesen 99 Euro eine Hose und zwar von John. Sagen wir, John hat einen Bekleidungsladen und Alice geht dorthin und kauft sich für 99 Euro eine Hose und überweist John dieses Geld auf Johns Konto. Das heißt im Endeffekt, dass die Bank von Alice jetzt diese 99 Euro an die Bank von John überweist. Das heißt, die Bank von John hat jetzt plötzlich 99 Euro zusätzliches Geld. Jetzt beginnt die Geschichte mehr oder weniger wieder von Neuem, denn die Bank von John muss jetzt 1% dieser 99 Euro als Mindestreserve zurückhalten und kann 99% davon weiterverleihen. Das heißt also, die Bank von John kann 98 Euro und einen Cent als Kredit vergeben. Wenn sie das macht und diese 98 Euro und einen Cent als Kredit vergibt, dann ist die Buchgeldmenge, die gesamte Geldmenge auf 297 Euro und einen Cent gestiegen. Woher kommen diese 297 Euro jetzt? Wir hatten am Anfang die 100 Euro von Bob, die Bob eingezahlt hat. Dann hatten wir die 99 Euro Kredit an Alice, die ja mittlerweile John gehören wegen der Hose. Und jetzt nochmal zusätzlich 98 Euro und einen Cent als Kredit am Ende, die die Bank nochmal vergeben hat. Also 100 Euro plus 99 Euro plus 98 Euro und einen Cent sind insgesamt 297 Euro und einen Cent. Und wenn ihr jetzt total verwirrt seid, dann geht es euch genauso, wie es mir damals im Studium ging. Das Ganze geht im Endeffekt jetzt immer so weiter, immer so weiter, bis eben aus diesen 100 Euro Bargeld am Ende 10.000 Euro Buchgeld geworden sind. Ich denke, es ist jedem klar, dass das in der Realität nicht so abläuft. Es ist auch total verwirrend. Also wenn du mir jetzt nicht hundertprozentig folgen konntest, dann ist das nur verständlich. Eigentlich sollten ja solche Modelle die Realität eher vereinfachen. Hier passiert aber genau das Gegenteil. Denn ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal und zwar innerhalb von drei Sätzen, so wie es in der Realität tatsächlich passiert. Und zwar ist es so, wenn Bob 100 Euro unter seinem Bett findet und die bei seiner Bank einzahlt, dann ist es ganz einfach so, dass Bobs Bank aus diesen 100 Euro bis zu 10.000 Euro Kredit schöpfen kann. Punkt. Also da endet die Geschichte. Man braucht da keine komplizierten Hin- und Herüberweisungen und 98 Euro und einen Cent Kredite, sondern es ist ganz einfach so, eine Bank kann mit 100 Euro Reserven 10.000 Euro Kredit schöpfen. Ich bin damals im Bachelorstudium wirklich alle Bücher in der Bibliothek durchgegangen, also alle VWL-Bücher, die irgendwas mit dem Thema Geldtheorie zu tun hatten, da diese Geschichte vom Geldschöpfungsmultiplikator einfach überhaupt keinen Sinn ergeben hat für mich. Und selbst, natürlich nicht nur in der Bibliothek, ich habe auch online gesucht, da findet man auch ganz viele Sachen, aber ich habe natürlich versucht von möglichst seriösen Quellen Informationen zu finden, aber selbst in einem Informationsblatt der Bundesbank war das also genau mit diesem Geldschöpfungsmultiplikator erklärt. Ich habe dann auch mit einigen Bankern gesprochen, die konnten mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Und was ich dann gemacht habe, war es wirklich die Regularien zur Geldschöpfung und zur Mindestreserve bei der EZB durchzugehen. Das heißt, Paragraf für Paragraf habe ich versucht, wie sind genau die Gesetze? Und das habe ich so lange gemacht, bis ich es wirklich kapiert habe. Das ist jetzt schon lange her, 10 bis 15 Jahre, eher 15. Und auch die Bundesbank hat mittlerweile dazu sehr gutes Infomaterial. Man findet jetzt überall im Internet auch sehr gute Materialien aus seriösen Quellen. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Geldschöpfungsmultiplikator mittlerweile nicht mehr an der Uni gelehrt wird. Falls doch, dann könnt ihr euren Dozenten gerne mal fragen, ob er nicht Lust hat, so langsam mal ins 21. Jahrhundert zu kommen. Okay, belassen wir es mal dabei. Ich würde am Ende wie immer noch ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Wir haben heute vom Buchgeld gesprochen. Das Buchgeld ist die wichtigste Form des Geldes. Es wird durch Banken geschaffen, und zwar indem sie Kredite vergeben. Banken können dabei mehr oder weniger Geld aus der Luft erschaffen. Wenn diese Kredite wieder zurückgezahlt werden, wird das Buchgeld auch wieder zerstört. Und hierbei ist es eben ganz wichtig zu verstehen, dass Geld und Schulden oder Geldvermögen und Schulden zwei Seiten derselben Medaille sind. Buchgeld ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur ein Zahlungsversprechen der Bank. Und last but not least, macht bitte alle einen großen Bogen um dieses Modell des Geldschöpfungsmultiplikators, denn das stiftet nur Verwirrung. Okay, damit haben wir die beiden Geldarten des aktuellen Finanzsystems besprochen. In der ersten Episode das Zentralbankgeld, in der zweiten oder im zweiten Teil heute das Buchgeld. In den kommenden Wochen richten wir dann die Aufmerksamkeit auf, ja ich sage mal, exotische Reformen des Geldes. Es wird also um Libra gehen, es wird um Bitcoin gehen, es wird um Warengeld gehen, und wir schauen uns auch ganz genau an, wie diese Arten von Geld entstehen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eine gute Bewertung. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen oder zu hören oder begrüßen zu dürfen. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.